Norddeutscher Rundfunk 2021 Hi, alles gut? Ach, besser. Und direkt rot, oder was? Das ist so schlecht. Der steht 50 Meter von mir weg. Der ist in Aktion. Was hab ich gesagt? Genau, der dreht mich um und sagt, so schlecht, so schlecht. So, hab ich aufgeregt. Kommt der von mir angelaufen. Ey, ich meine es doch gar nicht. Willst du mich verarschen, oder was? Dann geht er zurück, kommt der andere, gibt mir gelb. Ich so, wollte mich total verarschen. Der eine kommt zu mir, sagt mir so, und dann kommst du gleich, gibt mir gelb. Und jetzt frage ich, jetzt gibt's mir gelb-rot. Wenn er nicht denkt, geht nach dem Spiel zu ihm und sagt zu ihm, guck mal, du hast ihn mir angezeigt, es sind nur 3,5 gespielt. Plus die ganzen Verletzungsgefahrten, die ihn noch bahnen. Rot. 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 Das kann gar nicht sein, du warst gerade pinkeln, das geht gar nicht. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, zack, zehn, konntest du das! Und? Wann darfst du wieder richtig? Auf den Morgen! Morgen? Ich dachte, du ziehst das durch! Bevor wir hier rumstehen, einen Ball brauchen wir noch! Wir haben den Ball! Abfahrt! Wir haben den Ball abfahrt! Wir haben den Ball abfahrt! Ohne Witte! Ich hab mich schon gewundert, dass wir so okay passen! Witte ist stark! Danke! Ja! Danke! 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 Was hat er getan? 2 Das war jetzt der erste Punkt. 3-1 in 2-1, 1-1, 2-1. Okay. 1-5. Stop, 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 stop. Kul, Kul. Kul, Kul. Kul, Kul. Kul, Kul. Kul, Kul. Kul, Kul, Kul. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Bin das erwischt? Bin das erwischt? Aus dem Stand maximal gestreutigen? Auch ein? Aus dem Stand auf Aus dem Stand auf Aus dem Stand. Wer soll das? Wir haben Angst. Warum hört ihr denn aus? Ich will. Ich fühle mich so zu breit bin. Okay. Mach das mal rein. Ja, geil, super. Hey, Basti, hey! Basti, hey, hey! Hände, was? Dann gehen wir raus. Ja, ja, ja. Nur Leibschirm. Okay, wir kommen auf einen aus dem Stand. Das ist der Stadion. Ja, 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 ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay, pfft. Das war's für heute. So, wir kommen aus dem Stahntief, nur auf laut, nur die Betonstufen. So, wir kommen aus dem Stahntief, nur auf laut, nur auf laut, nur auf laut. So, wir kommen aus dem Stahntief, nur auf laut, 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 nur auf laut. So, wir kommen aus dem Stahntief, nur auf laut, nur auf laut, nur auf laut, nur auf laut, nur auf laut. So, wir machen noch zwei richtig. Freestyle. Ja, jetzt können wir Tore machen, ja? Drei, zwei, eins, auf geht's! Gut! Jawohl, Fatz, auf, 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 auf! Rückfesse nebst du, oder? Merz! Ja! 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 Ok, auf, 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 auf! Gut, beiden! Bleiben, Nebstau! Hallo, Mann! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Abschloss! Goal! Hör ruhig! Wir verlieren, verlieren! Ah, pralle Amunaköme, ja! Oh, Junge, ja! Abschlusspfeil! Ja, ganz kurz noch bevor ich das Foto mache. Ihr seid hier gerade alle dabei. Der Verein hat gerade bekannt gegeben, dass Philipp Hanke seinen Vertrag verlängert hat. Alles auf Anke! Alles auf Anke! Anke, hast du irgendwas noch gesagt? Keine Ahnung, Philipp Hanke! Machst du jetzt Foto oder nicht? Wer ist doch schon den König gewonnen hier? Wer ist sonst, Junge? Wer ist sonst? Okay, dann machen wir gerade noch ein Foto von euch. Ist der Spieler geworden hier? Ja, komm, komm! Aber das Team konnte nur gewinnen, wenn Deming dabei ist. Los! Habt ihr Justus mit Dusch gezogen? Habt ihr Justus mit Dusch gezogen wieder? Paltz, guckst du mal in die Kamera? Welche? Paltz war Weltklasse! Also ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen zur Verlängerung von Hanke? Ja, das war krass! Findet ihr das gut, dass Hanke bleibt? Nein! Der wollte gerade Fußball spielen! Pütti? Doch! Du als dein Amigo mit Hanke? Hanke, komm, sag doch mal zwei, drei Sachen zu deiner Verlängerung. Hab ich schon! Andy! Andy, der Verein hat gerade die Vertragsverlängerung von Philipp Hanke bekannt gegeben. Was sagst du dazu? Die Tore! Das freut mich sehr! Freut dich? Ja, das freut mich sehr! Der hat jetzt am Wochenende auch gezeigt, wie wichtig er für uns ist mit dem Tor und der Vorlage. Samir, der Verein hat gerade die Verlängerung von Philipp Hanke bekannt gegeben. Was sagst du dazu? Freust du dich? Ich freue mich, dass wir den Jungen weiter hier halten können. Er ist für mich einer der besten Verteidiger, Rechtsverteidiger in der Liga. Seit Jahren bringt er konstant gute Leistungen hier bei uns. Deshalb freue ich mich wirklich für den Jungen und für uns als Verein. Super! Top! Klasse! So! Hier! Ehrlich! Bei mir in drei, vier Tagen nicht! 30 Sekunden! Bis! Tomorrow morning! Hoffentlich hat Elversberg gezogen! Das Gesicht vom WSV! Marco, was sagst du? Als erfahrener Spieler, Hankes Verlängerung? Gutes Zeichen für euch? Das hätte ich nicht gemacht. Natürlich. Bester Spieler hier. Ohne Spaß! Nach Deming! Deming? Das ist absolute Legende hier! Luki, du auch vielleicht ein, zwei Wörter zur Verlängerung von Philipp Hanke? Was sagst du dazu? Überragend, ne? Ja? Gut. Finde gut. Ein Fall, jeder für sich! Bamm, Junge! Ein Fall, gut! Tennisball am Fuß! Tennisball am Fuß! Leider reinlegen, oder? Bein legen! Du musst rein! Hey! Raus, ey! Was ist das denn? Du musst als Person auch hinter dem blauen Hütchen einmal gewesen sein, okay? Nicht nur den Ball da hinschießen, sondern auch als Person dahinter gewesen sein, okay? Okay? Letzter Durchgang, danach gehen wir ins Eck! Wie macht das? Guck mal, zwei Meter Meter! Du bist gerade! Du musst als Person auch dahinter sein, okay? Ja! Was musst du mir machen? Wieder, wieder, wieder! Ey, hinter dem Hütchen sein! Hey, hinter dem Hütchen! Goal! Hinter dem Hütchen! Komm, komm, komm! Komm! Komm, der Wink! Komm, der Wink! Komm, der Wink! Komm. Komm! 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 Sorry, sorry, sorry Sorry, 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 sorry... Weltzigar, alles klar! Hat er was drauf? Ich weiß nicht, ich wollte gerade es hinstellen! Ja, vielleicht. Mal an! Merkst du mir, René? Jetzt habe ich gespeichert. Oh ist der gut! Ey Durif! Mann ey! Merzensäge. Oh, kommst du nicht aus Start! Zehn, elf, neidze, 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 neidze. Gut, Männer, gut. Du riefst ja 50. Ja. So, mein Schreiber. ... Ja. Ja. Was soll ich machen, wir, ne? Ey, Roman! Roman! Deming! Schöne mal die Kamera mit dir, sagst du. Erster Wahl ist der für... Ne, ne, stell die Kamera ein. Die Kamera. Dafür möchte ich. Hey, Roman! Roman! Renner! Schöne mal die Kamera mit dir. Erster Ball! Jetzt weiß ich gar nicht. Von! Marco, bleib da! Yes! Fünf Leute seid hier außerhalb! Fünf Leute, die Jungs! Danke! Kannst du die Kamera in die Mitte stellen? Okay! Drei! 50! Auf! Alles gehorstet jetzt? Drei, zwei, eins! Go! Auf geht's, auf geht's! Runter, runter, runter! Ja! Absolut! Und gut! Komm, Juno! Was ist das? Ja! Wie das? Okay! Wer? Ja! 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 Das ist so hoch wie... Sie sind nicht falsch rum. Theoretisch? Aber die Filmen trotzdem richtig rum. Verrücktes Ding, ey! Das ist wirklich verrückt, ne? Ja! Geht's dir noch gut? Ja, alles super! Ich hatte Angst, dass ich dir irgendwie... Nein, und ja! Hast du Bock? Eigentlich weigere ich mich jetzt die Kamera zu holen, muss ich schon ehrlich sagen, ich war näher dran aber. Noch ein paar Wochen für die Fans. Malibber. Na? Und? Morgen, Grödinghausen. Ist es heiß? Ja. Morgen Tor? Schön. Knirps die 48 Morgen? Danke. Bereitst du Königsein vor morgen? Komm, kannst du das mal für die Fans bis in die Zukunft gucken? Bereitst du Königsein vor? Ja. Ja? Sammy. War ja die Woche einige Artikel über dich bei Reviersport und so. Will gehen oder nicht. Wo geht dein Weg hin? Leipzig-Wuppertal. Basti, Entschuldigung, das hat es so eingebürgert, dass du die letzten Worte vor dem Spiel hast. Hast du Lust, was zu sagen? Nein. Hast du denn Lust auf das Bier mit Mokak, weißt? Ja. Dann ist ja alles beim Eiten. Wunderbar. Kriegst du hin oder brauchst du Hilfe? Nein, ich bin. Ich bin Hausmeister hier. Ach so. Ich schade Mokas dran. Ich geb mir immer die Hälfte, weil ich eigentlich seine Arbeit mache. Kannst du auch so reinschneiden, damit er noch sieht. Danke. Moin. Hi. Und tschüss. Hoiens. Und das ist jetzt. Ich bin für ein Boot. Und das ist dein Boot. Ich bin für ein Wunder. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Immer gleich. Danke, Herr Age. Weile dich gerne. Der ist ja noch ein bisschen. Der war quasi gut. Ach, da ist auch. Da ist ja noch einer. Der Weg auch noch. Der Weg auch noch. Alle? Mehr als vermutet. Vamos, Männer! Auf geht's, hey! Auf geht's, hey! Der Weg auch noch rum. Der Weg auch noch aus dem Topner. Halt! Ach, ich mach mich. Weile, die Frau. Wir kommen zur Start-Fontation. Der Bernd ist Stille Hüller der 24 Sprecher Parkhöhe im 21. Kultener Hüller Gott, der 22 Juri Möller, der 22 Josef Luble, der 25 Juri Schmähsost und der 27 Kempel Kipplik. Wer auf den O-Politik gespielt ist der Jure Kampel, der Ansistenz von Tzadli Dara und Seth Larkas. Der Wuppertaler SV in Rot und Blau von links nach rechts wird anstoßen. Los geht's! Und möchte ihn natürlich auch halten, Serhat Semigüla. Erster Abstand aus der Partie nach zwei Minuten. Drei Minuten. Rima. Guter Ball jetzt auf Meier. Meier geht durch. Dann noch für die beiden Treffer für den SV Rödinghausen sorgten. Das auch sehr spannend gelöst. Ähnliche Situation wie mit Birischer und Kurzen. Da gab es nämlich auch den Schubser von hinten. Jetzt lässt Schiedsrichter Max weiterlaufen. Hagemann. Güler. Prokop. Was macht er? Hagemann! Nein, Hanke ist es! Philipp Hanke, zweite Saisontor. Ein Spiel, das bis dahin kein Tor verdient hat. Und in der 76. Minute Philipp Hanke mit dem 1 zu 0 für den W. Johann und Rödinghausen besucht werden. Hier ist der 1 zu 0! Junge, das ist der 1 zu 0! Hier ist der 1 zu 0! Hier ist der 1 zu 0! Auf einmal zappelt er hin. Ja, ja, ja! OK. ciplin MR children. Kommt auch bald zum Kopfball und jetzt wäre die Möglichkeit da. Kevin Hagemann mit Platz. Berisha. Wechsel kommt auch nicht nach hinten. Deming im Zweikampf. Lukas Deming mit dem 2 zu 0. Aber... Also 2 zu 0 Lukas Deming. Nachspielzeit. Ende aus Mickey Mouse. Punkt drauf. Nein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gerade gespannt, liebe Leute. Der zählt nämlich nicht der Treffer. Genau das ist der Punkt. Es ist nicht das 2 zu 0. Es war abseits von Lukas Deming. Ja! 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 Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen! Du hast den Praktikanten! Hör mal auf! Du bist schneller aber! Sauber! Jungs, Junge! Du bist schneller! Hör mal auf! Du bist ein Zimmer! Möller, bravo Männer! Ich hör's nochmal! Alltså, bravo Männer! Er hat noch Stehenschläge gemacht. Weiß er selber! Die große Provokation ist, er wird gewinnen. Hat uns ausgestiegen! Hoi, wie soll der Bremse? Jaaaa! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Party! Go, go, go! Weitere Zettelung! Heute macht sich ein Bote! Der Mann hat sich direkt wieder einfahren. Das ist richtig. Ich weiß... Wir haben ein klasse, das muss nicht. Jetzt wird es wieder zurück. Schade, Deppi, ich hätte dir wieder richtig geklaut. Oh, Deppi... Weitere Zettelung! Wir sind uns am Bote! War ein guter Schuss! Was? Ab, tschüss! Was? Ach, der Mann hat sich. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und der SPD Beifall bei der CDU und der SPD Oh!